Wir haben zunehmend negative Schlagzeilen an diesem Donnerstag. Zum einen sehen wir steigende Covid-19-Zahlen, insbesondere in Texas und in Florida. In Texas lag der Tagesanstieg gestern bei 11 Prozent im Vergleich zum Dienstag. Und Florida entwickelt sich zum neuen Hotspot der Covid-19-Infektion in den Vereinigten Staaten. Der zweite Belastungsfaktor sind die zunehmend negativen Schlagzeilen um die Chancen eines Wahlsiegs von Donald Trump im November. Viele hier an der Wall Street meinen, dass dieses Risiko am Aktienmarkt zurzeit nicht ausreichend eingepreist ist. Das Weiße Haus versucht aktuell über das Justizministerium eine Blockade des neuen Buches von John Bolton zu erwirken. John Bolton ist der ehemalige nationale Sicherheitsberater, der von Donald Trump vor einigen Monaten gefeuert wurde. Und Bolton beschreibt in diesem Buch wohl, dass man hätte genügend andere Gründe gehabt, abgesehen von der Ukraine, um eine Untersuchung, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump einzuleiten. Viele Medien berichtet dazu am Donnerstag also. Und man liest unter anderem, dass Donald Trump es auch in den letzten Wochen sehr gut verstanden hat, sich selbst zu sabotieren. Und von daher also kaum erstaunlich, dass in fast allen Wahlumfragen aktuell Joe Biden zwischen 10 und 13 Prozent vor Donald Trump liegt. Der ein oder andere Republikaner, das ist auch zu lesen, hat Bedenken, dass man nicht nur das Weiße Haus verlieren wird, sondern eventuell auch die Mehrheit im Senat. Nun, das ist November, denn November ist noch lange hin. Und wie treffsicher Wahlumfragen nun sind, das wissen wir spätestens seit den Wahlen im Jahr 2016. Von daher ist das alles mit Vorsicht zu genießen. Nichtsdestotrotz ist das ein Belastungsfaktor heute Morgen an der Wall Street. Es gibt auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und was wir hier sehen, ist, dass möglicherweise die Revidierungen bei den Wirtschaftsprognosen doch etwas zu schnell vonstatten gegangen sind. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in den Vereinigten Staaten in der letzten Woche um 1,5 Millionen gestiegen. Mehr als man erwartet hatte. Die Erwartungen lagen bei einem Anstieg von 1,3 Millionen. Und es ist vor allem interessant zu sehen, dass in den Bundesstaaten, in denen die Covid-19-Zahlen jetzt wieder steigen, dass besonders hier die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen sind. Zum Beispiel auch in Arizona. Und am Rande bemerkt, man muss ja ein bisschen vorsichtig sein, was Walt Disney betrifft. Denn Disney wird ja nun jetzt im Juli die Erlebnisparks in Florida eröffnen. Noch liest man sehr wenig darüber, aber wenn man bedenkt, dass sich Florida immer mehr zum Hotspot der Covid-19-Neuinfektionen entwickelt, besteht hier eventuell die Gefahr, dass die Erlebnisparks doch nicht eröffnet werden dürfen. Großes Fragezeichen. Das sollte man zumindest als Aktionär von Disney im Hinterkopf behalten. Und damit sind wir dann auch schon bei den Einzelwerten angelangt. Vor allem die Sektoren, die sehr stark gelaufen sind, die besonders stark getroffen wurden, auch durch Covid-19, sehen, die stehen auch heute wieder an diesem Donnerstag unter Abgabedruck. Wir haben einmal Carnival, das ist die Kreuzfahrtgesellschaft, Kreuzschiffe, dass der Verlust hier noch schlimmer als befürchtet. Noch schlimmer als befürchtet, das ist schon eine Kunst, weil die Erwartungen hier ohnehin schon wirklich im Keller waren. Aber der Keller wird jetzt nochmal 10 Stockwerke tiefer gelegt. Der Verlust doppelt so hoch, wie man erwartet hatte, 3,30 Dollar pro Aktion. Und der Verlust halb so hoch, wie man erwartet hatte, 700 Millionen Dollar, die per Ende Mai seien die Hälfte der Buchungen storniert worden. Und die Leute wollen Cash zurückhaben. Man muss bedenken, dass Norwegian Cruise gerade diese Woche bekannt gegeben hat, dass alle Fahrten bis Ende September eingestellt sind. Auch das ein möglicher Belastungsfaktor natürlich für Carnival. Dann haben wir die Hauptversammlung von Delta Airlines gehabt und der Vorstand von Delta wurde auf der Hauptversammlung gefragt, sag mal, wie viele Mitarbeiter von Delta, und Delta hat immerhin 93.000 Mitarbeiter, sind eigentlich an Covid-19 erkrankt. Die Antwort etwa 500 und 10 davon sind verstorben. Das belastet die Fluggesellschaften insgesamt, wobei man eben eins nicht vergessen darf. Jedes Menschenleben zählt, no question. Jeder Mensch, der sein Leben verliert aufgrund von Covid-19, ist eine Tragödie. Aber man muss das bei Delta mal prozentual auch sehen. Bei 93.000 Mitarbeiter, 500 erkrankt, der Prozentsatz ist so gesehen relativ gering. Dann haben wir Nachrichten von Hertz und da muss ich ehrlich sagen, bin ich als ein alteingesessener Börsianer sehr froh, dass die amerikanische Börsenaufsicht der geplanten Kapitalerhöhung einen Strich durch die Rechnung macht. Das Unternehmen ist bankrott, hat Insolvenz angemeldet, aber weil die Aktie so gut lief, hat man also vorgehabt, eine halbe Milliarde Dollar an neuen Aktien auszugeben. Mit dem Hinweis in dem Börsenprospekt, dass diese Aktien wahrscheinlich wertlos sein würden, weil die amerikanische Börsenaufsicht sagt, well, nice try, but no way. Und von daher also zieht Hertz das jetzt zurück. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Sieg für die Aktionäre, denn hier wären vor allem ahnungslose Kleinaktionäre verbrannt worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Hertz-Aktien wertlos sind, ist eben doch sehr, sehr hoch. Dann haben wir im Kinobereich AMC. Hier ist zu lesen im Wall Street Journal, dass die Verhandlungen mit den Kreditgebern, dass einige Kreditgeber hier sich sträuben, die Verbindlichkeiten in Aktien zu wandeln. Ist ja auch logisch, wenn ein Unternehmen Insolvenz anmeldet oder Bankrott anmelden muss, dann werden zuerst die Anleiheinhaber bedient, bevor dann die Aktionäre quasi gesichert sind. Und von daher gibt es hier einiges an Widerstand. Und nochmal AMC, genauso wie die Kreuzschiffgesellschaft. Mein Gott, ich werde das Wort nie richtig hinkriegen. Kinos sind zu. Wann werden sie wieder aufmachen? God knows. Von daher ist das Risiko hier eben auch ausgesprochen groß. Und ein Punkt noch am Rande und damit möchte ich heute Schluss machen. Wir haben noch einen Faktor, der den Markt zumindest in den nächsten Tagen ziemlich umherwirbeln wird. Und zwar haben wir einen riesigen Optionsverfalltermin anstehen an diesem Freitag. Und um das Ganze mal hier ins Verhältnis zu setzen, die Grafik ist von Goldman Sachs. Ich will die Grafik kurz erklären. Das sind also die Optionsverfalltermine auf Monatsbasis. Und wir sehen hier die hellgrau schattierten. Das sind die Optionsverfalltermine im Dezember. Der Dezember ist immer sehr groß, was den Termin betrifft. Und der Juni-Termin, Verfallstermin ist Platz 3 historisch betrachtet vom Volumen her. 1,8 Billionen Dollar an Optionen laufen an diesem Freitag aus auf den S&P 500. Und damit ist vor allem eins klar, dass die Volatilität, die Schwankungen an der Wall Street deshalb kurzfristig zunehmen werden. Und Goldman Sachs macht einen weiteren sehr wichtigen Hinweis. Wir haben Quartalsende. Und zum Quartalsende müssen die Pensionsfonds, die großen Pensionsfonds in den USA, wieder die Balance herstellen zwischen Aktien und Anleihen. So, wenn Aktien besonders gut laufen, dann wird der Aktienanteil reduziert und der Anleiheanteil wieder ausgeweitet. Und Aktien sind extrem gut gelaufen. Und Goldman Sachs schätzt, dass amerikanische Pensionsfonds etwa 76 Milliarden Dollar an Aktien auf der Verkaufsseite haben. Und auch das könnte also den Aktienmarkt kurzfristig belasten. Das muss man historisch einordnen. 76 Milliarden, das ist eine ordentliche Hausnummer. Und um genau zu sein, historisch betrachtet ist es die drittgrößte Rebalancierung zu Lastenaktien durch Pensionsfonds, die wir an der Wall Street gesehen haben. Aber man darf sich also nicht wundern, wenn hier die Wall Street darunter ebenfalls leiden wird.